Ah, dann machen wir hier anstatt Backing Vocals machen wir Saxophon. Ja, ja, weil ich tue jetzt hier Titel für Titel alles so einstellen, dass es ja ganz easy geht und die Snapshots alles sehr gut zu bauen und direkt machen. Was ist ein Snapshot? Ein Schweicherofa-Fisch. Ja, ein Schnappschuss, wie wenn du ein kurzes Gips Snapshot kommt eigentlich, glaube ich, aus und fotografiert. Das ist ein Momentanbild. Das ist ein echtes Digitalpunkt, das speichert wirklich alles. Jede EQ einstellen, jedes Panorama, alles was wir gemacht haben bei den Titeln. Das speichert jetzt. Machen Sie, dass du mal so guckst, wie ich es sehen kann, ohne dabei so zu drücken. Kommt unheimlich schnell, weil es doch sehr gut ist. Tino nimmt nur eine Hose dabei und wenn sie braucht, ist das nicht so. Der Kameramann meint auch, er musste reden. Normalerweise dürfen das Kameraleute. Kameraleute sind dumm. Außằngatha! Maabongel oz! www.yarnaleutebal.com これ alcool include Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.